klug auf willkommen zum zweiten teil des zweiten buchs hier geht es um das phänomen mond und das phänomen sonne und dann schauen wir uns noch eine vulkan karte an die auch auf dem mond abzulesen ist grundsätzlich der mond ist ein elektromagnetisches phänomen was in einem halb ätherischen feld oben drüber entsteht und zwar ungefähr in 5500 kilometern höhe der durchmesser vom mond sind 51 kilometer ja es ist von gemacht von einem fluoreszierenden und phosphorisierenden äther beziehungsweise krypton ja kosmische elektromagnetische energie kommt von unten von der schwarzen sonne da gehen wir noch weiter an den anderen teilen drauf ein und diese energie trifft auf die innere seite des ringförmigen fällt oben drüber ja dann hat man eine art prismatische refraktion von dieser kosmischen energie und dadurch wird diese kosmische energie zweigeteilt einmal in das in die positive energie und einmal in die negative energie die positive energie erstellt die sonne und die negative ergibt den mond und dadurch haben wir dann zwei bewegende plasma spots am himmel und ja wir sind sozusagen oder oder die die unsere flache erde ist die linse ja dann auf der erde kennt man auch wir kennen diese ganzen krater höhen und tiefen et cetera ja es ist wie er ein röntgenbild ein umgedrehtes röntgenbild und dadurch kann man auch erkennen die höhen und tiefen die dunkleren schattierung als kontinente das hellere als wasser et cetera und diese charakteristiken ergeben uns oder geben uns ein ja eine volle karte der welt bis hin zu höhen tiefen sternbilder et cetera da gehen wir auch wie gesagt noch drauf ein die büsche sind sehr interessant und werden interessanter dann haben wir das phänomen sonne ja wunderschöne sonne die sonne ist ein elektromagnetisches phänomen es die auch in diesem halb ätherischen feld in etwa 5500 kilometern höhe passiert auch hier haben wir ein durchmesser von 51 kilometer ja also die sehen am himmel gleich groß aus und das sind sie auch vieles ist so wie es aussieht ja also ist auch fluoreszierend und aus phosphosierendem helium gemacht es ist elektromagnetische energie und diese elektromagnetische energie gibt anderen gasen die in der atmosphäre sind wie wie man hier sieht und lädt die quasi auf diese aufgeladenen gase reagieren mit farbe darauf und so entsteht das tageslicht beziehungsweise haben wir manchmal so roter himmel und und er so orange diese verschiedenen farben ergeben sich durch dieses elektromagnetische feld und diese diese aktivierung der gase die oder dieses aufladen der gase drumherum ja dadurch ergeben sich die die farben und die energie kommt natürlich auch wieder von der schwarzen sonne und trifft das innere feld dieser dieser oder trifft die die innere seite auf diesem ring führigen feld aus diesem toro idealen feld dann haben wir auch hier wie beim mond diese prismatische refraktion das heißt die die energie geht durch ja eine art linse und dort ergibt sich dann wieder dieser pluspol und der minuspol plus die sonne minus ist der mond hatten wir gerade und dann ja bewegen die sich und das meistens kreisförmig ja also die ionosphäre ist ja die obere der obere paar der atmosphäre und dort hast du viele edelgase und die werden noch mal separiert durch die molekulare masse ja die sonne passiert über diesen ja lehren und die ionosphäre ist quasi der der das pilot licht der des elektromagnetischen vielfeldes für die für die für dieses licht und da sind auch schatten und die geben direkt licht ja die sonne kreiert und läuft kurvenartig oder kreiert ein kurvenartiges elektromagnetisches feld um sie herum und das macht alle gase unter ihr in der ionosphäre unter der sonne ja ionisiert diese und dann floristieren diese dadurch bekommen wir dieses sonnenlicht das wunderschöne sonnenlicht hier können wir berechnen wo die sonne ist ist eigentlich relativ einfach hier bisschen schwerer dargestellt man kann einfach auf der unteren seite wir haben unsere erde dann macht man punkt a ein flock in den boden dann geht man was weiß ich 50 meter machen 100 meter für die berechnung ist einfach hier ein flock im boden man berechnet den winkel von der sonneneinstrahlung und dann kann man mit einfacher dreiecksgeometrie die höhe der sonne ausrechnen hier wird es quasi dargestellt dadurch ergibt sich die höhe und so weiter und so fort hier sehen wir es auch noch mal die die berechnung ist eine einfache dreiecksberechnung sieht komplizierter aus als es ist ja und dann haben wir natürlich auch die die distanz wie sich ergibt und wie sich bewegt gehe ich nicht weiter darauf ein hier kommen noch zu einem interessanten sachen und zwar er kennt das alle den dunklen spot auf der sonne ja der ist zu sehen den kennt auch jeder und wie wir es beim vorgehenden video hatten mit dem mond dass der mond rotiert je nachdem welche tageszeit wir haben passiert auch das mit dieser sonne ja der spot ist immer zu sehen das heißt die sonne zeigt uns auch immer nur eine seite und dieser spot rotiert wieder rechts rum also ja im sinne der ohr so hier haben wir die sonne hier haben wir den spot rotiert das heißt die sonne agiert bzw reagiert genauso wie der mond ja hier haben wir den spot noch mal genauer erklärt ja bum 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 je nach zeit 6 9 9 34 11 32 18 02 das heißt die sonne zeigt uns immer dasselbe gesicht und rotiert genauso wie der mond ja hier kann man wieder berechnen und wie viel grad er sich bewegt da gehen wir nur schnell durch und hier kommen wir zur vulkan karte die man auch auf dem mond erkennen kann mit quasi spitzen wie gesagt der mond ist ein röntgenbild und auf dem röntgenbild sind natürlich auch die vulkane zu erkennen übrigens um einiges mehr ist dabei zu erkennen aber dazu noch noch mehr in den nächsten büchern und in den nächsten videos ist ein